So, so YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Galacticare. Wir machen weiter. Haben die gleiche Stelle wie eben. Und warten immer noch auf den Einbehandlungskanister. Der in der Priorität ist, aber jetzt werden anscheinend erstmal andere Personen behandelt, die sonst böse wären. Die bringen uns auch Geld ein, okay. Vielleicht wäre ein zweiter Behandlungsraum halt sinnvoll. Das ist ein, ich glaube Hautlabor war das, oder? Dreimal vier braucht es. Ich habe nicht mehr unendlich viel Platz, ne? Wir wissen, Wege müssen zwei lang sein. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Und dann stellen wir noch einen Arzt ein. Maximum. Was macht der Maximum? Der klaut uns nur Credits. Aber Personen in der Nähe sind zufriedener. Das klingt doch gar nicht schlecht. Oder Pokalolo. Aber der beschädigt Dinger. Nein, wir stellen Maximum ein. Kommt. Maximum. Darf bei uns arbeiten. Und dann brauchen wir noch ein paar Sitzbänke. Mülleimer auch vielleicht gar nicht verkehrt. Ich hatte da einen. Hier hinten fehlt noch ein Mülleimer, glaube ich. Nee, da ist einer. Ja, irgendwo hier fehlt eigentlich einer, aber... Einfach mal da. Okay, die Kanister sind fertig. Entsende das Shuttle. Äh, da müssen wir wieder einfach nur hier raufklicken. Ah, okay. Der fliegt da hin. Das ist so ein bisschen der Weltraumwahl auf... Weiß nicht. Pirat oder so. Erinnert mich an irgendwas. Medizin war Volltreffer. Juckreiz. Jetzt ist er los. Super. Er sammelt Dinge. Okay, und wir kriegen irgendeine Belohnung. Stabilisierungslösung. Zögert den frühzeitigen Tod hinaus, sodass der Patient mehr Zeit zur Behandlung hat. Kann Haarausfall verursachen. Okay. Kriegen Credits. Koloss Einfluss. Und Kraftdienung. Und er ist dann mal weg. Und wir haben einen Weltraumwahl geheilt. Alles klar. Und wir können jetzt hier... Waschschild. A, B, Z. Das heißt, wir können hier zum Beispiel jetzt ranhängen. Äh, Raum A. Behandlungsszimmer A. Und hier Behandlungsszimmer B. Ah, hübsch, oder? Und hier ist der Schlafraum Z, Z, Z. Ah ja, und via Open. Hier kann ich Stabilisierungslösung kaufen. Aber das kann ich dann nur direkt auf Patienten anwenden. Zum Beispiel auf ihn. Okay. Klinikwertung aufrufen. Okay. Bereich mit wenig Deko. Bereich ohne Deko. Ähm. Und da können wir die... Sachen erhöhen. Finanzen sieht nicht so gut aus. Durchsatz. Gesundheit. Alles klar, alles klar. Aber da gibt es sehr gute Statistiken. Das gefällt mir schon mal gut. Also, das Spiel macht ein paar Sachen besser, indem es mehr Hinweise einem gibt, was man verbessern kann. Schulungsmatrix. Ähm. Schulungsraum. Äh, 10.000. Ah, kaufen wir. Wir haben das Geld ja. Das wird die Finanzen freuen. Und an einen Schulungsraum. 3x3. Ähm. So vielleicht. Irgendwann hat man ja auch das Layout nicht, was... wo man sagt, ah, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Äh, eine Tür. Ach so, da war die Tür. Äh, alles klar. Äh, ja, stellen wir hier noch so ein... Können die da ihre Sachen ablegen? Ähm, eine Linie. Okay. Wir könnten da zwei Linien auf dem Boden zeichnen. Eine Lampe. Weiß nicht. Brauchen wir eine Lampe hier? Fenster wäre... Wäre wieder vielleicht gar nicht verkehrt. Und vielleicht ein paar von diesen... Postern. Postern generell hier. So ein Diplom im Behandlungszimmer. Das brauchen wir. Ah, kann ich nicht machen, wenn ich nicht in dem Raum bin. Okay. Oh, dann noch ein Teppich. Hier hinten können noch Blümchen ran. Und, äh... Fenster. Oh. Fertig. Bestätigen. Okay, ein Arzt... einen Schulungsraum zuweisen. Geht sie jetzt ins... Geht sie jetzt ins... Wie mache ich denn das? Eigentlich müsste ich sie anheben. Ah, genau. Ich müsste sie anheben... und da ran setzen. Und dann lernt sie das virtuell anscheinend. Aha. Okay. Okay. Okay, und was kommt jetzt vorbei und bietet uns Sachen an? Effizienz-Regulator lässt einen Raum-Credit generieren wie Immobilie, die deine Großeltern damals für zwei Hühner gekauft haben. Wunderbar. Verlängert die Lebensdauer des Raumes deutlich durch spürbare Schwingungen. Mhm. Lockt Schädlinge in einem weiten Umkreis an, um sie bei Berührung direkt zu töten. Okay. Zusätzlicher Medibot. Stabilisierungslösen. Reparaturset. Okay, ich würde fast sagen, ein Effizienz-Regulator. Brauchen wir. Kann ich das in den Raum? Den Raum. Und stellen wir es nämlich da hinten hin. Und hier fehlt nämlich auch noch ein bisschen Deko in dem Raum. Da haben wir hier auch noch so ein schönes Bild hin. Und da am Eingang auch noch. Das bewuhigt ja auch. Länglicher Teppich. Und vielleicht nur eine kleine Toppflanze dort. Und hier mal ein paar Schlingpflanzen da. Ein bisschen was an der Wand haben wir auch noch. Was gibt es noch? So einen kleinen Schrank. Ah, es gibt ja auch Wandlicht. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das können wir mal in den anderen Räumen auch überall. Ups. Ich werde das innen setzen. Wir haben schon Licht. Dann kriegen wir hier noch ein Licht. Da noch ein Licht. Und der Schulungsraum kriegt auch noch Licht. Dort. Dort. Ah, und. Dort und dort. So. Er ist ja größer. Kaufe einen Holo-Arts-Emitter. Bitte, was soll ich kaufen? Einen Holo-Arts-Emitter. Achso. Da. Er ist kostenlos. Weniger effizient als ein Echter Arzt. Braucht aber auch weniger Bezahlung in Nahrung. Und redet nicht. Ähm. Hier geht nicht. Dann machen wir den hier hin. Okay. Okay, es ist quasi ein KI-Arzt dann hier ab sofort drin. Ähm. Das heißt, ich könnte dich nehmen. Oh, sie geht automatisch. Spezialisierung auswählen. Okay, irgendein Arzt hat genug, um eine Spezialisierung zu kriegen. Das ist gut. Das ist sie wahrscheinlich. Ähm. Wir könnten sie jetzt zum Beispiel auf die Knochenkammer oder Diagnose. Würde ich sagen, sie geht eher auf die Diagnose. Und wir haben nur eine Diagnose, nicht? Dann gehst du auf... Was ist denn das Ding eigentlich? Outlabor. Wie euch. Die Knochenkammer. Oha. Und... Was ist kritisch? Und die... Auch auf Diagnose. Doktor Maximum ist Diagnostiker geworden. Effizienzregulator kriegen wir. Holo-Arzt-Emitter. Okay. Okay. Wartezeit-Kritisch. Okay. Das ist gut, dass es das anzeigt. In den Diagnoseraum. Ähm. Werden wir noch einen hier hinsetzen. Warum ist das jetzt alles so ein Weg? Warum ist das denn ein Weg? Kann ich die Tür da hinten im Baum? Geht keinem Weg? Weil die im Weg sind oder was? Das kann doch nicht... Achso. Die Bank ist im Weg. Ah. Die Bank ist im Weg. Okay. Wartet mal. Okay. Die Bank... So. Also nochmal Diagnoseraum. Ah. Jetzt... Jetzt meckert er auch nicht. Gegenüber. Dann sehen sie das gleich. Wenn man hier trotzdem Holo-Arzt mit da rein. Äh. Ein Stank. Ein bisschen Deko. Wenn man reinkommt. Dann kann man sich im Kleiden. Lampen machen wir an die Wand. So. Hier eine. Und da eine. Schönes Poster von einer Lunge oder sowas. Und natürlich das Zertifikat des Arztes. Wichtig. Schönes Teppich. Und ein Pflänzchen darf auch nicht in der Ecke fehlen. Und ein Fenster vielleicht nach draußen. Geht das? Nee. Fenster gehen anscheinend nur nach innen. Oh. Okay. Anruf. Dorian Salazar. CEO. Er redet mit dem Büro des Direktors. Wichtig und richtig. Bla bla bla. Selbstverständlich. Wir schicken ihm einen Vertrag. So soll's sein. Und sein Shuttle kommt an. Personal unterwegs. Ja und? Passt doch erst mal. Gucken wir jetzt mal hier, was der Hulu-Doktor macht. Okay. Die Notfallpatienten treffen gerade ein. Wir sollen sie priorisieren. Das machen wir doch. Wir wissen ja, wie das geht. Okay. Wir können uns da ein bisschen Zeit... ...verschaffen. Das kann ich glaube, dass das die schnellste Geschwindigkeit ist. Das hier ist langsamer. Das ist normal. Das ist schneller. Könnte ruhig noch schneller laufen, in meinen Augen. Ist sehr reduziert, ne? Ich weiß nicht von der Geschwindigkeit. Okay. Schüttel, schüttel. Nur 220? Kein guter Arzt. Was sagt denn unsere Wertung? Was? Die Bereich ohne Deko. Wir behandeln zu wenig. Gesundheit der Patienten ist nicht gut. Das Personal passt. Finanzen sehen nicht so gut aus. Behandlung passt aber. Das ist eigentlich das Wichtige. Okay. Bereiche ohne Deko. Dann gucken wir doch mal. Bereiche ohne Deko. Hm. Erstmal Bereiche ohne Pflanzen. Wir machen hier auch ein paar Pflanzen einfach so hin, oder? So kleinere. So, da fehlen ein paar Sitzbänke. Und vielleicht auch so ein Snackautomat. Passt der hier irgendwo hin noch? Die können eigentlich weg. Wir müssen leider ein bisschen nach vorne rutschen. Durst. Extrem Durst. Ich weiß nicht, ob der Durst macht oder löscht. Das werden wir dann herausfinden. Hier passt nicht ein zweiter Sitzding hin. Das ist schlecht. Und so würden die wahrscheinlich nicht durchkommen. Ja, machen wir die da auf der Seite. Das ist schon okay. Ist das? Toilettenkapsel. Vielleicht hier hinten eine Toilettenkapsel. In die Ecke. Falls jemand mal muss. Ein Mülleimer. Habe ich hier. Das passt. Gewöhnliche Deko. Ich weiß nicht, ob der Schrank zählt. Zählt. Und man scheint. Brauchen wir da noch ein bisschen mehr. Ah, hier habe ich gar keine Deko drin. Den habe ich vernachlässigt. Den Raum. Kommt auch nochmal gewöhnliche Deko rein. Da haben wir zwar einen Schrank. Aber stellen noch einen zweiten hin. Kann nicht schaden. So, was haben wir noch? Rollwagen. Die Lichter. Kann man hier in dem Diagnoseraum noch irgendwas machen? Nicht viel. Eigentlich auch nur mit Wanddeko. Machen wir da noch ein bisschen Wanddeko ran. Zingi Zongi würde ich sagen. Und noch ein Teppich. Der passt. Wunderbar. Und vielleicht noch so eine Pflanze in die Ecke. Schön. Reicht. Open-Shielder. Ah, ein Fenster hier vielleicht. Ich glaube, Fenster sind wichtig. Du hast auch kein Fenster. Ähm. Da. Kriegst du noch ein Fenster. Du hast ein Fenster. Du hast ein Fenster. Du und du auch. Okay, dann müsste das Bereich mit wenig Deko. Okay. Aber ohne Deko ist auf jeden Fall weg. Das ist gut. Das heißt, da sollten die Sternebewertungen erstmal hochgehen. Darauf können wir was trinken. Ich sage Prost. 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 Oh, die Notfallpatienten sind gerade in Behandlung. Okay, müssen alle Stufen durchlaufen. Diagnose, Knochenbrecher und Hautdings. Anscheinend. Okay. Der Arzt, der uns seine Notfallpatienten geschickt hat, ist erstmal zufrieden. Zwei Patienten haben wir schon gerettet. Sie ist kurz vorm Sterben anscheinend. Und er auch. Aber das ist grün. Da ist hoch. Das hat noch nicht geholfen. Oh, oh. Wem wird's auch eng? Wir warten beide auf diesen Raum. Du zuerst. Alles klar. Oh, oh. Kommen die sich gegenseitig in die Quere? Das ist nicht gut. Und du müsstest dann nachher geheilt sein. Nach diesem wunderschönen Säurebad. Anscheinend nicht. Ah, wir haben sie behandelt. Das reicht. Okay. Ich hoffe, er stirbt nicht auf dem Weg zum Shuttle. Weil wenn das passiert, dann wäre blöd. Perfekt. Okay. Zählt schon. Wir haben alle zertrümmert quasi. Und gerettet. Und gerettet. Was passiert hier? Ist hier jemand? Warum läuft die Maschine? Okay, wir kriegen für die Patienten auch Geld und Co. Und haben anscheinend den ersten Abschnitt geschafft. Sehr gut. Okay, wir sollen die Galaxie verändern. Mit Bass. Irgendwas wird da erforscht und klappt nicht. Musikfestival im Oder-Raum. Ein Vertrag abgeschlossen. Ein Musikfestival? Gute Frage. Eine Gehörschutzkapsel brauchen wir. Okay. Verkaufen wir auch Dinge? Nicht nur Arzt? Okay. Achso, in dem Level wären wir fertig. Ja, nächstes. Dann würde ich sagen, fangen wir da nochmal ordentlich an. Mit Runde Nummer zwei. Ich bin gespannt. Oh, wir haben zwei freigeschaltet. Babilo Ausflug. Und Kapitel 2 Burning Moon. Okay, ich glaube, das ist einfach das... Das Musikfestival, nicht? Das ist so ein Bonus-Ding. Das heißt, wir würden dann in Kapitel 2 Burning Moon reingehen. Da würde ich auf jeden Fall noch reingucken. Ist... Also, so insgesamt würde ich sagen, ist Two Point Campus das bessere Spiel. Two Point Hospital habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Wirkt alles noch sehr hakelig, so ein bisschen. Aber man hat bessere Übersicht. Die hat mir auf jeden Fall gefehlt. Die haben wir diesmal. Naja, gut. Gucken wir in Level 2 rein. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.